Jeder, der im Labor arbeitet, weiß, wie umfangreich und zeitaufwendig die Bestellung und Verwaltung der notwendigen Laborartikel ist. Täglich verschwenden Labormitarbeiter viel Zeit, um die richtigen Arbeitsmaterialien zu verwalten und zu organisieren. Wagner & Mons bietet Ihnen eine einfache, moderne Lösung, mit der Sie Ihren Bestellvorgang einfach auf Knopfdruck erledigen. Scannen, Bestellen, Fotografieren und Archivieren Der WAMUGO ist die umfassendste Softwarelösung für Ihren Warmbestand. Artikel ganz einfach mit dem WAMUGO einlesen und in Sekundenschnelle alles passende Zubehör sehen, die Bestellung modifizieren oder die verfügbaren Zertifikate, Spezifikationen und Applikationen auf Fingerklick abrufen. Und das Beste? Ihre gesamte Bestellhistorie wird digital archiviert und ist jederzeit für Sie abrufbar. So bleibt mehr Zeit für die wichtige Laborarbeit. Ist der WAMUGO einmal nicht ablesbar? Kein Problem. Einfach Artikel abfotografieren und im integrierten E-Mail-Programm an unseren Kundenservice schicken. Die kümmern sich darum. Für Sie ist unser Kundenservice auf Knopfdruck einfach mit der Callback-Funktion erreichbar und hilft Ihnen jederzeit persönlich weiter. Unsere Mitarbeiter sind für Sie Tag und Nacht im Einsatz, um Ihre Bestellung schnellstmöglich zu organisieren, sicher zu verpacken und auf dem schnellsten Weg zu verschicken. Sparen Sie Zeit und Nerven. Ihr gesamter Laborbedarfskatalog ab sofort im digitalen Taschenformat. Der WAMUGO macht Ihren Laboralltag zum echten Vergnügen. Für Sie bedeutet das mehr Zeit und mehr Effektivität. So funktioniert Laborverwaltung heute. WAMUGO – eine Innovation von Wagner & Munz. Seit 1898 Ihr zuverlässiger Partner.